Das haben wir schon durchsucht, das heißt, ich habe gerade was getrunken, ich hoffe, mit meiner Stimme geht es jetzt besser. Ach, da haben wir noch was zum Reinhören. Haben wir das andere schon gehört? Ja, ne? Ja, das haben wir schon. Mhm, okay. Das brauchen wir nicht, die Pistole ist irgendwie immer voll. Dianne, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam here und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Guck mal hier, fliegender Whisky. Sowas sieht man auch nur in Rapture. Ich weiß noch nicht mal, wo ich landen muss. Der Pfeil fühlt mich komplett zurück. Na, ich sag's immer wieder. Ich hasse Toiletten im Spiel. Und ich habe jetzt kein Foto von ihm gemacht. Das war sehr schlau. Und ich hatte noch gar kein Foto von einem Nitro-Splicer, aber das reicht ja. Jetzt machen wir bei dem auch mehr Schaden. So. Den musste ich leider schneller schießen, sonst hätte ich zu viel Schaden bekommen. Öffne ich die Toilette oder öffne ich sie nicht? Natürlich werde ich sie öffnen, aber wer weiß, was da drin ist. Munition, die wir nicht brauchen. Ist ja super. Gucken wir auch noch, was hier drin ist. Und das ist... Kontaktmine. Die wir nicht brauchen. Also munitionstechnisch... ...haben wir keine Probleme. Ich vergesse immer dieses Doppel-Durchsuchung. Da ist schon wieder einer. Lächel für mich. Welcher ist das? Der Pistolen-Splicer. Ich muss sagen, ich liebe einfach die Schrotflinte. Ich weiß nicht. Mir gefällt sie. Ja. Der hat auch nichts. Das ist der Sünder! Ich weiß gar nicht, was ich da gerade fotografiert habe. Ja. Noch höher. Muhahaha. Ähm. Was ist das? Was geht da? Da haben wir noch ein super Bild, oder? Ja. Ein bisschen Foto von Splicer. Ich mache das gern. Lächel für mich. Ja, so ist gut. Gut. Zeig mir, was du drauf hast, und... ...jetzt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Doppel-Durchsuchung habe. Es bringt rein gar nichts. Den Verbandskasten können wir gut gebrauchen. Eine Tür. Eine Tür mit Code. Leer. Brauchen wir nicht. Leer. Ich habe was gehört. Zu Besuch beim Abschaum der Milchreis schicke dir die Pest. Los, du Arsch! Flieh nur! Ich bin das Schwie... Oder nicht. Ich konnte jetzt echt gerade nicht die Kamera nehmen. Da er mir ziemlich zugesetzt hat. Und ich wette, sobald ich wieder hier aus dem Raus... Äh, aus dem Raus... Raus, raus, raus. Ja. Sprachfehler. Sobald ich hier aus dem Raum wieder rausgehe, sind da draußen wieder tausend Gegner. Oh, auch mal wieder eine EVE-Spritze. Oh, ich habe einen Autohacker. Ach, was soll's. Ich kann es mir gerade irgendwie nicht leisten, Schaden zu kriegen. Ironischer Schrot. Gegen wen war der eigentlich nochmal? Ja, ich sage ironischer Schrot. Nicht ionischer. Von ihm habe ich aber nicht besonders viel. Obwohl die Munition voll ist. So, der Raum ist erledigt. Alter. Hm, ich brauche einen Code, der braucht einen Blitz. Habe ich hier noch eine andere Tür? Nein, dann gehe ich erstmal durch die Blitztür. Na, was war das denn? Versteckt sich doch nicht. Verwandtskasten. Leiche. Ja, wieder nichts hat. Ich glaube, ich nehme dieses doppelt durchsuchen wieder raus, weil das bringt... Moment mal. Hör mir zu! Das bringt rein gar nichts. Genau wie das Foto machen, bringt irgendwie auch nichts mehr. Erflich. So, einmal eine Spritze. Da können wir gleich reinhören. Ja, da ist noch gar kein Koffer. Ja, dieses zweimal durchsuchen, das bringt wirklich überhaupt nichts. Da ist rein gar nichts drin. Also alles unnötig. Und ich glaube, diese Waffensplicer, ja, ich nenne sie so, die habe ich komplett erforscht. Das heißt, von denen brauche ich gar keine Fotos mehr machen. So, jetzt aber. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Lassen Sie sich registrieren. So, jetzt bleibt mir nicht nur noch die Code-Tür. Wir haben doch mal einen Code gefunden. Ist das für diese Tür? Gut, konnte ich da gerade reingucken. Es ist noch nicht vorbei. Ist schon wieder jemand? Kein neuer Splicer? Ne, Dietrich Splicer. Aber weiterforscht. Ich drücke und er wechselt die Waffe nicht. Jetzt bin ich extra so nah rangegangen, um Fotos zu machen und nicht mir nur Schaden. Ich denke, ich habe mich nicht gesehen, oder was? Von dir brauche ich keine Fotos mehr. Den Bot wollte ich haben. Yeah, wir kriegen wieder einen kleinen Freund. Das heißt, wir müssen erst mal ganz nach hinten. Oder früher runter. Ist eigentlich egal. Sagen wir, wir gehen ganz nach hinten. Dann hier runter. So, und dann den. Ja, und zum Schluss nur noch den. Und das war's. Ja, ich höre mich schon wieder. Also. Ich habe keine Ahnung, wo die dauernd herkommen. Weil hier oben sind eigentlich nur Sackgassen und die Tür da ist zu. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. So. Ähm, Code eingeben. Ich habe hier einen Code aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob der für den ist, aber versuchen wir es mal. 7, 5, 3, 3. 5, 3, 3. Ja, es ist für diese Tür. Alter. Oh nein, mein Bot kommt nicht mit rein. Ich trau diesem Baum nicht. Äh. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine-Fischeristen Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sie ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Dieses Ding war eine Little Sister. Und ich traue diesem Raum hier nicht. Äh. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wie komme ich jetzt an das Geld? Oh. Ach so. Blitz. Falls ich das aufnehme, wird irgendwas passieren. Aber erstmal darf ich es aussuchen. Verringert die Dauer von Kamera-Alarm. Das brauche ich eigentlich nicht. Das habe ich denn gerade so ausgerüstet. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen und Bots und Kameras. Ja. Und das ist Tempo-Hacker. Ganz ehrlich, das brauchen wir eigentlich momentan nicht. Deswegen packe ich es erstmal weg. Ich erwarte immer noch, dass irgendwas passiert. Sind das die beiden? Das sind die Eltern. Und das ist dann die kleine Marsha, oder was? Ja, die ist jetzt eine Little Sister. Um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass ich aus diesem Raum raus bin. Aber ich bin verwundert, dass nichts passiert ist. Ja. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Kommt, der Film fett sich hier. Ach, sieh meine Ahnung, wie viel ich hier übersehen habe. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich würde sagen, dann folgen wir mal dem Pfeil. Wer weiß, wo der uns noch hinführt. Und hier ist schon wieder jemand. Lass das. Ich hätte Foto machen sollen, aber... Egal. Ich muss zugeben, ich nehme ziemlich viel Schaden in diesem Spiel. Aber wenn ich keinen Schaden nehmen würde, würde es auch keinen Spaß machen, oder? So. Nach da. Nach da. Ja, das ist eigentlich auch wieder mal ziemlich einfach. Jetzt fehlt auch nur noch einer. Den haben wir hier schon. Das war's. Nein, falsche. So. 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 Man sieht nichts, weil das Ding gerade direkt vor meiner Nase explodiert. Die kämpfen, ich mach Fotos. Na komm, eins noch. Ja. Toll. Ich hatte gerade wieder ein Geschütz und die haut mir das hier weg. Was soll denn das? Wo war hier nicht eine Kamera, die auf unserer Seite war? Doch. Ja, hier war genau eine Kamera. Wo ist meine Kamera? Brauche ich nicht. Das nimm ich gern. Klar. Da brauchen wir nur das Geld von. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, ja, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich bin doch schon... Na gut. Es war bestimmt mal wunderschön hier. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die hier leben wollen. Aber ich gehöre ehrlich gesagt nicht dazu. Was war das? So. Oh, nicht schon wieder. Der hatten wir lange nicht mehr, oder? Ich höre ganz viele, aber ich sehe keinen einzigen. Alter, Gott sei Dank habe ich hier nicht getroffen. Aber ich kann ein hübsches Foto machen. Jetzt kann ich ein hübsches Foto machen. Bringt nicht besonders viel, solange er uns nicht angreift. Aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht riskieren, dass er uns angreift. Dann mache ich lieber ein paar hässliche Fotos als Superfotos und dabei drauf zu gehen. Okay. Wechsel kurz wieder hierzu. Dann einmal wieder hier rein. Denn ich war ehrlich gesagt auch noch gar nicht fertig hier. Aber hier scheint sowieso nichts zu sein. Gut, danke. Schrot. Ach, ich weiß, wo wir sind. Da ist unsere Kamera. Ich musste gerade überlegen, wo sind wir eigentlich? Okay, jetzt können wir eigentlich auch wieder zurück. Und hier sind bestimmt wieder neue Gegner, also aufpassen. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Das ist doch eine Pfanne. Das sieht man doch. Dämpfe ich mir trotzdem. Dämpfe deine Schritte und erhöhe bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Ich benutze eigentlich selten Nahkampfangriffe. Nein. Ach, ganz ehrlich. Nein, nein, nein. Das benutze ich nicht. Ich benutze nur noch selten Nahkampfangriffe. Und sobald ich das Ding jetzt wegstecke... Wird sie kommen. Schrei nicht. Komm her. Komm zurück zu mir. Ich häng fest. Mist, das stimmt. Oh, eine andere... Erstmal... Mache ich sowieso erstmal ein paar Fotos. Das habe ich ganz vergessen. Ach, da springt sie gerade auf mich zu. Ich stecke jetzt ganz gerne Schaden ein. Solange ich dafür ein paar Fotos kriege. So, jetzt kann ich sowieso erstmal mehr Schaden machen. Ähm... Antipersonen. Ich häng hier gerade fest, deswegen konnte ich gerade nicht ausweichen. Man kriegt sie echt gut in den Griff, wenn man sie richtig erforscht. Komm rein und zeig mir deine Schnappschüssel. Wie gesagt, ich konnte gerade nicht ausweichen. Ich bin da hinten gerade fest. Habe ich noch Adam? Ja, ich habe noch 80 Adam. Ich mache mal den Eve-Link. Weil Eve benutzen wir ja ziemlich auch ziemlich viel. Ah, verdammt. Ja, hier, komm. Den Dieb brauchen wir gar nicht. Also, der bringt uns überhaupt nichts. Oh, wir haben 60. Aber ehrlich zu sein... Das Festfrieren gefällt mir auch sehr. Kostet 60 und ich glaube, das nehmen wir mit. So, was packen wir dafür raus? Ich würde sagen, das. Frieren Sie Ihre Gegner ein. Und schlagen Sie sie in tausend Stücke. Ja, das gefällt mir doch sehr. Außerdem sieht die Hand dabei so cool aus. Okay. Weiter. Ich freue mich schon, jemanden einzufrieren. Stefan 2007 plan. Das Noel ist rund, ich glaube, es cuz ein bisschen waspnell, wir liegen它. Es ist ein ein Besitzer. Aber das Beste, T건 von auf der our gl Mouse ist eine Certonos